Retargeting für mehr Verkäufe im Internet. Wir sprechen hier heute über interne und externe Kampagnen mit einem WordPress Plugin genannte WP Retarget. Zweier Schweizer die sicherlich bekannt sein dürften. Zumindest Reto Stuber ist mit Sicherheit ein bekannter Name und der Entwickler hinter WP Retarget ist Manuel Merz. Hallo mein Name ist Mario Burgert von Burgert Direkt Response. Und heute soll es nicht nur um das Plugin gehen, sondern nochmal wirklich Crashkurs mäßig überhaupt erst einmal darüber zu sprechen, was ist Retargeting und warum kann Retargeting im Internet wirklich für große Veränderungen im Umsatz sorgen. Wie viele sicherlich wissen und vielleicht weißt du das auch, dass ein Großteil der Besucher eine Webseite wieder verlässt. Und das ist natürlich von sagen wir Landingpage zu Landingpage oder von Webseite zu Webseite grundunterschiedlich. Aber da wir von Conversion Rates sagen wir zwischen 0,5 und 1,5 Prozent pro Seite oder auf der Verkaufsseite ausgehen können, das ist ja so Statistik, der Durchschnitt statistisch, können wir also wirklich davon sprechen, dass der Großteil der Webseiten Besucher eine Webseite wieder verlässt, ohne die gewünschte Handlung, also das Call to Action, ohne die gewünschte Conversion ausgeführt zu haben. So. Und wenn ich doch die Möglichkeit hätte, ihn dann irgendwo und über das Internet hinweg noch einmal anzusprechen und zu sagen, hey hör mal zu, ja, ich habe doch hier ein schönes Angebot, vielleicht hast du ja jetzt mehrzeitig noch einmal damit zu befassen. Dann wäre das ja eine ideale Lösung. Das ist ja ungefähr so, wie ich das kenne, zum Beispiel aus dem Offline-Verkauf, da ich ja aus dem Offline-Vertrieb komme. Und ich habe beispielsweise einen Kunden kontaktiert, der grundsätzlich vielleicht irgendwie auch mal so Interesse hätte, aber jetzt hat er ja keine Zeit. Ja, dann speichere ich mir die Telefonnummer ab, lege mir das auf Wiedervorlage und rufe wieder an. Dann rufe ich nochmal an und nochmal und kriege dann irgendwann den Termin und mache dann meinen Abschluss. Und so kann ich mir Retargeting vorstellen. Ich habe also die Möglichkeit, mit einem Cookie meinen Besucher auf meiner Landingpage zu markieren und ihn dann nochmal in Facebook, im Internet, irgendwo auch bei YouTube zu bewerben. Mit Displayanzeigen, mit Banner, aber auch mit anderen Dingen. Und genau darüber will ich jetzt mit dir sprechen. Eine kleine Statistik zum Anfang. Einfach, um dir so ein bisschen die Nase lang zu machen, solltest du dich bislang noch nicht wirklich so mit Retargeting befasst haben. Aus einer Infografik einer Studie von Digital Information World aus 2014 geht hervor, dass bis zu 147 Prozent, also ein Uplift von 147 Prozent in der Conversion Rate geschehen kann, wenn man Retargeting einsetzt. Natürlich steht hier auch in Englisch in der Voraussetzung, dass wenn du die Akquise gut vorbereitest und wenn du natürlich deinen Akquisitionsprozess, also der Kundengewinnungsprozess, Interessenten in Kunden gewinnen, Funnel, Sales, Funnel, wie man auch immer das nennen mag, wenn der natürlich gut betrieben ist. Dann kannst du einen Uplift von 147 Prozent in deiner Kaufrate oder deiner Abschlussrate oder der Conversion Rate, die du beabsichtigst, erzielen. Das erstmal als Ausgangssituation und jetzt gucken wir uns erstmal an, denn wir kommen jetzt gleich zu einer Spezialität. Du kannst ja Retargeting oder Retargeting allgemein funktioniert, so wie du es hier auf dem Bild sehen kannst. Da hast du deinen Kunden oder deine Kundin, die kommt auf eine Landingpage, beispielsweise einen Shop oder wo du es anbietest oder eine normale Verkaufsseite, so wie wir das im Informationsmarketing betreiben und so weiter und so fort. Dort auf dieser Landingpage wird der Webseitenbesucher, der potenzielle Kunde, der Interessent mit einem Cookie markiert und verlässt diese wieder, ohne in irgendeiner Form eine Handlung begangen zu haben und findet dann im Internet einen Werbebanner, vielleicht sogar das Produktbild, wie man das zum Beispiel von Amazon kennt. Vielleicht hast du Amazon schon einmal besucht, bist dann zu Facebook marschiert und hast dann in deiner rechten Seitenleiste das Produkt wiedergefunden, welches du dir angesehen hast. Das ist also so dieses Retargeting, was man kennt. Du hast ein Produkt gesehen, komm, gehst weg und siehst es dann immer wieder und wirst verfolgt sozusagen. Manche sprechen von Stalking. Ich würde das gar nicht so negativ betrachten, denn das ist immerhin zielgerichtete Werbung. Besser als mit irgendwelchen Angeboten, die ich gar nicht will, voll geballert zu werden. Das ist Retargeting, so wie es viele betreiben und das hier, das ist Retargeting, so wie ich das betreibe und diesen Tipp, den möchte ich dir jetzt direkt mitgeben, aber nicht ohne mein iPad leise zu stellen. Jetzt nehmen wir doch mal die Variante, dass dein potenzieller Käufer auf deine Landingpage kommt und diese wieder verlässt. Ich kann jetzt natürlich mit einem Werbebanner oder mit einem Darkpost bei Facebook, also einer Werbung bei Facebook kann ich dann sagen, hier hör mal, du warst auf meiner Verkaufsseite, komm doch wieder, guck nochmal weiter. Oder ich biete durch weiteren Content auf irgendwelchen anderen Seiten oder Unterseiten Zusatzinhalte, falls beispielsweise der Kunde nicht ganz überzeugt war von dem, was er auf der Landingpage gefunden hat. Vielleicht möchte er noch Zusatzinformationen und das ist meine Spezialität. So betreibe ich Retargeting, denn wenn mein potenzieller Käufer meine Landingpage wieder verlässt, dann sende ich ihm nicht wieder direkt dort drauf, sondern schicke ihn weiter zu YouTube. Ich sende ihn also zu YouTube und sage, hör mal, vielleicht hat dir mein Angebot ja gefallen, aber du brauchst noch ein paar Informationen. Schau mal hier, ich habe hier noch ein Video für dich und entweder schalte ich dieses Video innerhalb von Facebook, das nämlich auch sehr stark oder ich leite ihn sofort weiter auf YouTube und das nennt man dann Cross-Channel-Marketing und das kann ich alles schön mit Retargeting machen, aber auch nicht einfach so. Ich brauche dafür natürlich eine Steuerung, ein Plugin und dieses Plugin, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, und zwar brauchst du natürlich für dieses Plugin WordPress, denn das ist ein WordPress-basierendes Plugin und wenn du das installiert hast, dann findest du das dann hier irgendwo auf deiner Dashboard-Leiste und wie du hier sehen kannst, habe ich hier schon einige Kampagnen angelegt. Diese Kampagne habe ich jetzt für dieses Video hier nochmal zusätzlich angelegt. Und ja, wie richte ich denn WP-Retarget ein? Zuallererst habe ich hier die Möglichkeit, eine neue Kampagne zu erstellen oder einen Retargeting-Tag hinzuzufügen. Das ist erstmal überhaupt entscheidend und das ist zum Beispiel das, was mir an WP-Retarget außerordentlich gut gefällt. Ich kann meine Tags, also meine Skripte, meine Codes hier erst einmal zentral verwalten. Du kannst sehen, ich habe hier zwei. Das eine ist Facebook und das andere ist von AdRoll. Das ist eine Plattform, mit der man auch Retargeting steuern kann. Kann ich dir vielleicht in einem anderen Video noch mehr darüber erzählen. Und wenn ich ein solches Tag anlegen will, dann habe ich hier dieses Fensterchen. Ich habe das jetzt schon mal für dich geöffnet. Das erreiche ich, indem ich einen neuen Retargeting-Tag hinzufüge. Und jetzt kommt es. Ich sage hier zum Beispiel, ja, ich kürze mir das Ganze immer ab. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen Google Remarketing. Denn das Fantastische an WP-Retarget ist, ich kann hier alle möglichen Plattformen anwählen, die momentan sehr bekannt sind. Allen voran natürlich Facebook, Google AdWords. Perfect Audience ist ja auch ziemlich groß, genauso wie AdRoll. Und die anderen, die sagen mir jetzt nichts außer Twitter. Aber ich sage jetzt zum Beispiel, das ist Google AdWords und platziere hier meinen Google Remarketing-Code. Den habe ich jetzt hier schon, weil ich das schon sehr, sehr lange benutze. Habe ich den auf meiner Seite längst eingebaut. Deswegen habe ich den da jetzt nicht nochmal nachgebaut. Aber ich könnte jetzt mir hierher gehen und könnte mir mein Remarketing-Skript nehmen und könnte das hier einpflegen und dann sagen Tag global verwenden. Damit steuere ich, ob dieses Retargeting oder Remarketing, wie es Google nennt, Tag auf allen meinen Seiten zu sehen ist oder nur auf eine spezifische. Dann muss ich das später noch einmal auswählen. Wenn ich jetzt natürlich Remarketing von Google wähle, dann ist es bei mir immer auf allen Seiten. Denn wenn jemand meinen Blog-Beitrag besucht, dann möchte ich ihn auch abholen und nochmal zurück zu meiner Seite bringen. Gut, wenn ich das getan habe, dann klicke ich auf Speichern, was ich in unserem Falle jetzt nicht tue. Dann schauen wir noch einmal auf die Kampagnen. Und da klicke ich jetzt mal rein. Hier zum Beispiel eine aktuell laufende Kampagne Käufer Opt-in. Wenn ich mir die anschaue, dann kann ich also sagen, das ist eine interne Kampagne. Dann wähle ich hier zum Beispiel meinen Pixel aus. Hier sage ich, das ist der Facebook-Pixel meiner Custom Audience. Kannst du alles erfahren. Das bringt dir alles der Manuel bei von WP Retarget. Solltest du jetzt da wirklich noch nichts wissen. Dann habe ich hier meine Unterseite. Das ist jetzt aktuell meine Startseite. Denn dort befindet sich mein Kurs, von dem ich möchte, dass sich dort jemand einträgt. Hier her. Ja, dann leite ich ihn weiter auf die Infografik. Und so verhält sich das bei mir, beziehungsweise hier. Aber wenn er hier gelandet ist, dann bekommt er schon die Markierung. Und dann kann ich ihn nochmal zusätzlich, ja, bewerben. Und genau so sieht das Ganze aus. Ich kann direkt sagen, aktiviert oder deaktiviert. Wenn ich zum Beispiel eine größere Kampagne vorbereite, dann bündelt man manchmal ja Aufgaben. Und dann macht es auch Sinn, wenn man sich dann das hier vorher schon mal anlegt und auf deaktiviert. Und dann, wenn später die Kampagne losgeht, dann kann ich es auf aktiviert stellen und so weiter und so fort. Ich bin sicher, du weißt, was ich meine. Wenn nicht und du dich trotzdem interessierst für WP Retarget, der Manuel ist derjenige, der dich in den Videos abholt und dir das Ganze erklärt. Aber jetzt, jetzt nochmal eine ganz spannende Angelegenheit. Denn ich kann das Ganze auch extern betreiben. Und das finde ich mächtig, sehr, sehr gut. Gut, wie schon gesagt, ich betreibe Cross-Channel-Marketing. Denn warum soll ich den immer wieder auf meine Verkaufsseite holen? Möglicherweise haben ihm da Informationen gefehlt. Also kann ich doch ein Zusatzvideo anbieten. Und hier das bewerbe ich jetzt zum Beispiel über Adroll. Und der Cookie, der sitzt ja schon, also beziehungsweise der Code, um das der Cookie gesetzt wird. Und dann kann ich also diesen Link hier verwenden. Und das Klasse ist, ich kann das auch in einem anderen YouTube-Video verwenden, wenn ich meine Webseite in YouTube freigeschaltet habe. Und sowas finde ich echt gut, weil natürlich kann ich dann meinen Interessenten wirklich mit diesem Link zurück zu YouTube nehmen. Ich kopiere mir das mal. Und wenn du siehst in der Weiterleitung, Funnel-Video. Und jetzt wird er weitergeleitet. Zack. Und dann kann er sich hier das Video angucken. Und hier kann ich denen dann trotzdem nochmal sagen, wenn dich das jetzt interessiert, dann kannst du in der YouTube-Beschreibung klicken oder in die Anmerkung. Hier oben erscheint gleich eine Anmerkung. Und dann kann er da draufklicken, landet dann nochmal auf der Verkaufsseite zu meinem E-Mail-Marketing-Produkt beispielsweise. Und sagt sich dann vielleicht, okay, das klingt interessant, das mache ich nochmal. Und diesen Prozess könnte ich theoretisch beliebig wiederholen. Ich habe es mit zwei Videos sehr erfolgreich gemacht. Aber das geht natürlich auch mit anderen Inhalten. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst auf einen Blog-Beitrag, auf ein Webinar, auf was auch immer du kannst, immer weiterleiten. Und dafür ist WP Retarget gedacht. Für mich zwei ganz massiv große Vorteile. Erstens, ich kann über das Plugin meine Codes alle zentral steuern und habe dann auch einfach einen besseren Überblick. Ich kann dann hier sehen, aha, ich habe zwei drin oder drei oder vier, je nachdem, womit ich arbeite. Google Remarketing könnt ihr jetzt hier auch rein. Und das andere ist, dass ich natürlich mit externen Kampagnen arbeiten kann. Das ist für mich wirklich extrem gut. Denn ich möchte mich natürlich durch das, was ich tue, auch etwas vom Wettbewerb abheben. Und wenn alle wieder mit Retarget zurück auf die Verkaufsseite senden, mache ich das eben nichts. Nämlich dann biete ich Zusatzinformationen. Das funktioniert unglaublich stark. Wenn du sehen kannst, hier, ich gucke mal gerade, ich habe mit WP Retarget, da war ich Beta-Tester gewesen, eine Kampagne laufen gelassen und habe damit knapp 3000 Euro mehr Umsatz gemacht durch diese Vorgehensweise. Hier kannst du mein Testimonial lesen von WP Retarget. Das heißt also, ich habe es in der Beta-Phase schon erfolgreich eingesetzt. Und wie du sehen kannst, funktioniert das bei mir auch immer noch sehr erfolgreich. Es läuft also alles wirklich gut. Und deswegen meine Empfehlung für dich, leg dir WP Retarget zu und nutze ab sofort Retargeting, um mehr Verkäufe zu machen und mehr Leads zu machen. Ja, und wenn dir gefallen hat, dass ich dir so eine kleine Anleitung zu dem Thema gegeben habe und du das honorieren möchtest, findest du im oberen rechten Bildschirmrand den Hinweis dazu. Kannst du über meinen Link kaufen als kleines Dankeschön dafür, dass ich mir die Zeit genommen habe, dir ein solches Video zu machen und ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Business. Bis dahin. Bye, bye.